Welch ein dramatischer Auftritt, sagte Vicente und half mir auf die Beine. Ich habe mich in dir getäuscht. Ich hätte niemals geglaubt, dass du zu solchen Wutausbrüchen fähig bist. Duncan kam zu mir. Er zog den Knoten auf und befreite mich von dem Seilende um meinen Hals. Ich zitterte für Angst, Erschöpfung und Wut. Mit bebender Stimme fragte ich Duncan, warum er mich so quäle. Die drei Männer lachten und wirkten in diesem Moment alles andere als bedrohlich. Wir wollten dich prüfen und feststellen, was für ein Mensch du wirklich bist, sagte Duncan. Er führte mich zu einem der Sofas und bat mich höflich, dort Platz zu nehmen. Vicente und Silvio Manuel setzten sich auf die beiden Sessel. Duncan saß mir gegenüber auf der anderen Couch. Ich lachte nervös, aber ich hatte auch keine Bedenken mehr gegen meine Situation, auch nicht gegen Duncan und seine Freunde. Alle drei betrachteten mich mit unverhohlener Neugier. Vicente konnte nicht aufhören zu lächeln, obwohl er anscheinend verzweifelt bemüht war, ein ernstes Gesicht zu wahren. Silvio Manuel schüttelte rhythmisch den Kopf, während er mich anstarrte. Sein Blick war unkonzentriert, aber auf mich gerichtet. Wir haben dich angebunden, fuhr Duncan fort, weil wir wissen wollten, ob du sanft oder geduldig bist oder rücksichtslos oder listig. Du bist keines von alledem, haben wir festgestellt. Du bist ein gewaltiger Genießer, der sich gehen lässt, genau wie ich sagte. Hättest du nicht in deiner Gewalttätigkeit geschwelgt, dann hättest du sicher bemerkt, dass dieser schreckliche Knoten um deinen Hals ein Schwindel war. Er zieht sich von selbst auf. Vicente hat diesen Knoten erfunden, um seine Freunde zu necken. Du hast das Seil gewalttätig zerfetzt, du bist gewiss nicht sanft, sagte Silvio Manuel. Alle schwiegen einen Moment, dann fingen sie an zu lachen. Du bist weder rücksichtslos noch listig, fuhr Duncan fort. Wärst du es, du hättest ohne weiteres beide Knoten aufgezogen und wärst mit einem wertvollen Lederseil davon gelaufen. Du bist auch nicht geduldig. Wärst du es, dann hättest du gewinzelt und geschrien, bis du gemerkt hättest, dass eine Schere dort an der Wand hängt. Damit hättest du in zwei Sekunden das Seil durchtrennen und dir die Qual und Anstrengung ersparen können. Gewalttätig oder stumpfsinnig zu sein, das braucht man dich nicht zu lehren, das bist du bereits. Aber du kannst noch lernen, rücksichtslos, listig, geduldig und sanft zu sein. Rücksichtslosigkeit und List, Geduld und Sanftheit, erklärte Duncan, seien die Quintessenz des Pirschens. Sie seien die Grundlagen, die mit ihren Abwandlungen in sorgfältig überlegten Schritten gelehrt werden müssten. Er sprach anscheinend zu mir, schaute aber wie Sente und Silvio Manuel an, die mit größter Aufmerksamkeit lauschten und manchmal zustimmend nickten. Das Pirschen zu lehren, betonte er immer wieder, sei eine der schwierigsten Aufgaben der Zauberer. Was immer sie tun würden, um mich das Pirschen zu lehren, und was immer ich davon halten mochte, stets würden sie ihr Tun durch Makellosigkeit leiten lassen. Glaube uns, wir wissen, was wir tun. Dafür sorgte unser Wohltäter, der Nagual Julian, sagte Duncan und alle lachten so schallend, dass mir ganz unbehaglich wurde. Ich wusste nicht, was ich davon halten sollte. Auch wenn das Verhalten der Zauberer einen außenstehenden Betrachter als böse erscheinen mochte, sei es, wie Duncan noch einmal betonte, in Wirklichkeit immer makellos. Wie erkennt man den Unterschied, wenn man der Adressat solchen Verhaltens ist, fragte ich. Böse Taten begehen die Leute um persönlicher Vorteile willen, sagte er. Die Zauberer haben bei ihrem Tun einen tieferen Sinn, der nichts mit persönlichen Vorteilen zu tun hat. Die Tatsache, dass ihr Tun ihnen Freude macht, zählt nicht als Vorteil. Dies ist eine Eigenschaft ihres Charakters. Der Durchschnittsmensch handelt nur, wenn ihm ein Profit winkt. Die Krieger können beanspruchen, nicht für den Profit zu handeln, sondern für den Geist. Ich wurde nachdenklich. Ein Handeln ohne Gedanken an einen Vorteil, das war eine fremde Vorstellung für mich. Ich war so erzogen, dass ich bei allem, was ich tat, etwas investierte und mir irgendeine Belohnung erhoffte. Don Juan mochte mein Schweigen und Nachdenken als Skepsis deuten. Er lachte und schaute seine beiden Gefährten an. Nimm zum Beispiel uns vier. Fuhr er fort. Du glaubst doch, dass du in dieser Situation investierst, um schließlich davon zu profitieren. Wenn du dich über uns ärgerst, wenn wir dich enttäuschen, kannst du uns etwas Böses antun, um es uns heimzuzahlen. Wir dagegen denken nicht an persönlichen Vorteil. Unsere Handlungen sind durch Makellosigkeit bestimmt. Wir können dir nicht böse sein oder enttäuscht sein von dir. Seit dem Augenblick, sagte Don Juan lächelnd, als wir uns an der Busstation trafen, sei alles, was er mit mir anstellte, von Makellosigkeit bestimmt gewesen, auch wenn ich es nicht glaubte. Er habe mich in einem unbedachten Moment überraschen müssen, sagte er, um mich in einen gesteigerten Bewusstseinszustand zu versetzen. Zu diesem Zweck habe er mir gesagt, mein Hosenschlitz stünde offen. Es war ein Mittel, um dir einen Schock zu versetzen, sagte er grinsend. Wir sind primitive Indianer, darum sind alle unsere Schocks irgendwie primitiv. Je gebildeter ein Krieger, desto feiner und komplizierter sind seine Schocks. Aber ich muss gestehen, dass wir viel Spaß hatten an unserer Grobheit, besonders als wir dich festbanden wie einen Hund. Die drei grinsten und lachten leise, als ob noch jemand im Hause wäre, den sie nicht stören wollten. Jetzt, da ich im Zustand gesteigerter Bewusstheit sei, so sagte Don Juan mir leise, würde ich leichter verstehen, was er mir über die zwei großen Künste erzählen wolle. Das Pirschen und die Absicht. Diese wären für alte wie neue Zauberer ein krönender Abschluss der Ausbildung. Das große Thema, mit dem die Zauberer sich heute wie vor Jahrhunderten beschäftigten. Das Pirschen sei der Anfang, betonte er. Die Krieger lernten, dass Pirschen, bevor sie auf dem Pfad der Krieger etwas anderes unternehmen dürften. Als dann lernten sie, etwas zu beabsichtigen. Danach erst seien sie in der Lage, willentlich ihren Montagepunkt zu bewegen. Ich wusste genau, wovon er sprach. Ohne zu wissen wieso, wusste ich, was die Bewegung des Montagepunktes bedeutete. Aber ich fand keine Worte, um mein Wissen zu erklären. Immer wieder versuchte ich es, aber sie lachten über mein Scheitern und feuerten mich an, es noch einmal zu versuchen. Soll ich es an deiner Stadt aussprechen, fragte Don Juan. Vielleicht kann ich die Worte finden, die du sagen möchtest, aber nicht kannst. Sein Blick sagte mir, dass er mich ernsthaft um Erlaubnis fragte. Ich fand die Situation so absurd, dass ich lachen musste. Sehr geduldig fragte mich Don Juan noch einmal und wieder musste ich lachen. Die überraschten und besorgten Blicke der Männer sagten mir, dass sie meine Reaktion nicht verstanden. Don Juan erhob sich und sagte, ich sei zu erschöpft. Es sei für mich Zeit, in die Alltagswelt zurückzukehren. Warte, warte, fläte ich, ich bin ganz in Ordnung, ich finde es nur komisch, dass du mich um Erlaubnis bittest. Ich muss dich um Erlaubnis bitten, sagte Don Juan. Du allein nur kannst erlauben, dass die in dir aufgestauten Wörter angezapft werden. Ich habe wohl fälschlich angenommen, dass du mehr weißt, als du tatsächlich weißt. Die Wörter sind mächtig und wichtig. Sie sind das magische Eigentum dessen, der sie besitzt. Die Zauberer halten sich an die Faustregel. Je tiefer sich der Montagepunkt bewegt, desto stärker ist das Gefühl, als habe man ein Wissen. Und keine Worte dafür, es zu erklären. Auch beim Durchschnittsmenschen bewegt sich der Montagepunkt manchmal ohne ersichtliche Ursache und ohne, dass er sich dessen bewusst wird. Er erscheint höchstens sprachlos, verwirrt und ausweichend. Wisente mischte sich ein und schlug vor, ich solle noch ein Weilchen bei Ihnen bleiben. Don Juan stimmte zu und sah mich an. Das erste Prinzip des Pirschens ist, dass ein Krieger sich selbst anpirscht, sagte er. Er pirscht sich rücksichtslos, listig, geduldig und sanft an. Fast hätte ich gelacht, aber er ließ mir keine Zeit dazu. Kurz und bündig definierte er das Pirschen als die Kunst, das eigene Verhalten auf neuartige Weise für bestimmte Zwecke einzusetzen. Das normale, menschliche Verhalten in der Alltagswelt, so sagte er, sei Routine. Und jedes Verhalten, das diese Routine unterbricht, habe einen ungewöhnlichen Effekt auf unser ganzes Dasein. Dieser ungewöhnliche Effekt sei es, was die Zauberer anstrebten, denn er summiere sich in der Zeit. Die Zauberer alter Zeiten, erklärte er, fanden durch ihr Sehen heraus, dass ungewöhnliches Verhalten den Montagepunkt zittern lässt. Später entdeckten sie auch, dass ungewöhnliches Verhalten, wenn systematisch geübt und klug gelenkt wird, den Montagepunkt zwingen kann, sich zu bewegen. Diese Zauberer und Seher fühlten sich natürlich aufgerufen, fuhr Don Juan fort, ein ganzes System von Verhaltensweisen zu erfinden, die weder kleinlich noch willkürlich sein sollten, sondern eine Kombination von Moral und Schönheit, wie sie die Zauberer und Seher von bloßen Hexern unterscheidet. Er machte eine Pause und alle schauten mich an, als suchten sie in meinem Gesicht oder meinen Augen nach Anzeichen von Ermüdung. Jeder, der seinen Montagepunkt in eine neue Position bewegen kann, ist ein Zauberer, fuhr Don Juan fort. Aus dieser neuen Position kann er Gutes und Böses für seine Mitmenschen bewirken. Ein Zauberer zu sein, ist nicht viel anders, als wenn man Schuster oder Bäcker ist. Die Zauberer und Seher wollen über diesen Stand hinausgehen. Dazu brauchen sie Moral und Schönheit. Für die Zauberer, sagte er, sei das Pirschen die Basis, auf der ihr ganzes Tun gründe. Manche Zauberer haben Einwände gegen das Wort Pirschen, fuhr er fort, aber die Bezeichnung kam auf, weil es ein verstohlenes Verhalten erfordert. Man nennt es auch die Kunst der Heimlichkeit, aber diese Bezeichnung ist ebenso unglücklich. Wir selbst sind friedfertige Zauberer, darum nennen wir es die Kunst der kontrollierten Torheit. Nenne es, wie du willst. Wir aber werden das Wort Pirschen beibehalten, weil es so leicht ist, von Pirschern zu sprechen, und so unbeholfen, wie mein Wohltäter spottete, von Praktikern der kontrollierten Torheit. Bei der Erwähnung ihres Wohltäters lachten die Männer wie Kinder. Ich verstand vollkommen, was Don Juan sagte. Ich hatte keine Fragen oder Zweifel. Allenfalls hatte ich das Gefühl, mich an jedes seiner Worte klammern zu müssen, um einen festen Ankerpunkt zu haben. Sonst wären meine Gedanken ihm vorausgeeilt. Mir wurde bewusst, dass meine Augen an der Bewegung seiner Lippen hingen und meine Ohren am Klang seiner Worte. Kaum aber, war mir klar geworden, konnte ich ihm nicht mehr folgen. Meine Konzentration war gebrochen. Don Juan sprach weiter, aber ich hörte nicht mehr zu. Ich grübelte über die unvorstellbare Möglichkeit, dauernd im Zustand gesteigerter Bewusstheit zu leben. Welchen Überlebenswert könnte es haben, fragte ich mich. Konnte man Situationen besser einschätzen? War man schneller als der Durchschnittsmensch oder vielleicht intelligenter? Don Juan unterbrach sich und fragte mich, woran ich dachte. Ach, du denkst immer so praktisch, seufzte er, nachdem ich meine Fantasie nie mitgeteilt hatte. Im Zustand gesteigerter Bewusstheit glaubte ich, würdest du künstlerischer empfinden oder mystischer? Dann wandte sich Don Juan an Vincente und bat ihn, meine Fragen zu beantworten. Vincente räusperte sich, rieb sich die Handflächen an den Schenkeln trocken. Er wirkte, als hätte er Lampenfieber. Er tat mir leid. Meine Gedanken wirbelten durcheinander, und als ich Vincente nun stammeln hörte, schoss mir ein Bild durch den Kopf, das Bild meines Vaters, mit seiner Schüchternheit und seiner Furcht vor Menschen. Aber ich fand keine Zeit, mich diesem Bild zu überlassen. Vincentes Augen strahlten auf, mit einem sonderbaren inneren Leuchten. Er machte ein komisch ernstes Gesicht und begann mit der Autorität und den Gesten eines Professors zu sprechen. Um deine Frage zu beantworten, sagte er, so hat das gesteigerte Bewusstsein keinen besonderen Überlebenswert. Sonst befände sich die ganze Menschheit in diesem Zustand. Dies bleibt uns jedoch erspart, weil es so schwer ist, ihn zu erreichen. Allerdings besteht die Möglichkeit, dass auch ein Durchschnittsmensch in einen solchen Zustand gerät. Die Folge ist eine, oft unheilbare Verwirrung. Die drei lachten schallend. Die Zauberer sagen, dass die gesteigerte Bewusstheit die Pforte zur Absicht ist, sagte Don Juan, und sie nutzen sie als solche. Denk einmal darüber nach. Ich starrte sie alle der Reihe nach an. Mein Mund stand offen und ich glaubte, wenn ich ihn offen hielt, würde ich endlich das Rätsel verstehen. Ich schloss die Augen und da kam mir die Antwort. Ich fühlte sie. Ich dachte sie nicht. Aber ich konnte sie nicht in Worte fassen, so sehr ich mich anstrengte. Ach, ach, sagte Don Juan, nun hast du wieder von selbst eine Antwort der Zauberer gefunden, aber noch immer hast du nicht genug Energie, um sie zu erklären und in Worte zu fassen. Ich erlebte ein Gefühl, das mehr war als nur die Unfähigkeit, meine Gedanken zu äußern. Es war, als erlebte ich etwas wieder, was ich seit Ewigkeiten vergessen hatte, nämlich die Empfindung, nicht zu wissen, was ich fühlte, weil ich noch nicht sprechen konnte und darum keine Möglichkeit hatte, meine Gefühle in Gedanken zu übersetzen. Zu denken und genau das zu sagen, was du gerade denkst, erfordert eine unglaubliche Energie, sagte Don Juan, meine Empfindungen unterbrechend. Meine Fantasievorstellung war so eindringlich gewesen, dass ich vergaß, was sie ausgelöst hatte. Betäubt starrte ich Don Juan an und gestand, ich hätte keine Ahnung, was ich oder die anderen eben gesagt oder getan hatten. Ich erinnerte mich an den Zwischenfall mit dem Lederseil und daran, was Don Juan mir unmittelbar danach sagte, aber ich konnte mich nicht an jene Empfindung erinnern, die mich eben vorhin überwältigt hätte. Du suchst in der falschen Richtung, sagte Don Juan. Du versuchst dich an deine Gedenken zu erinnern, wie du dich normalerweise erinnerst, aber dies hier ist eine andere Situation. Vorhin hattest du die überwältigende Empfindung, als wüsstest du etwas ganz Besonderes. Solche Empfindungen kann man nicht mit Hilfe des Gedächtnisses erinnern. Du musst sie erinnern, indem du sie zurückbeabsichtigst. Er wandte sich an Silvio Manuel, der sich, die Beine unter den Kaffeetisch gestreckt, auf seinem Sessel zurücklehnte. Silvio Manuel sah mich unverwandt an. Seine Augen waren schwarz wie zwei funkelnde Obsjadanperlen. Ohne einen Muskel zu regen, stieße einen durchdringenden, vogelähnlichen Schrei aus. Absicht, rief er. Absicht, Absicht. Mit jedem Schrei wurde seine Stimme unmenschlicher und durchdringender. Mir sträubten sich die Haare im Nacken, spürte eine Gänsehaut. Mein Verstand aber, statt sich auf die Angst zu konzentrieren, die ich erlebte, kehrte direkt zu der Erinnerung jener Empfindung zurück, die ich erlebt hatte. Aber bevor ich sie ganz auskosten konnte, weitete sich diese Empfindung und entlud sich in etwas anderes. Und dann verstand ich nicht nur, warum die gesteigerte Bewusstheit die Pforte zur Absicht war, sondern ich verstand auch, was Absicht sei. Vor allem verstand ich, dass dieses Wissen nicht in Worte gefasst werden konnte. Dass dieses Wissen jedermann zu Gebot stand. Es war da, um gefühlt und genutzt zu werden, nicht aber, um erklärt zu werden. Man konnte zu diesem Wissen gelangen, indem man die Bewusstseinsebene wechselte. Darum war die gesteigerte Bewusstheit eine Eingangspforte. Aber auch die Pforte war nicht zu erklären. Man konnte sie nur benutzen. Und noch eine Erkenntnis hatte ich an diesem Tag von selbst, ohne jede Nachhilfe. Dass das natürliche Wissen der Absicht jedem zugänglich war. Dass aber nur diejenigen es beherrschten, die bereit waren, es zu erforschen. Ich war inzwischen sehr müde geworden. Und dies war gewiss ein Grund, warum meine katholische Erziehung auf meine Reaktionen einzuwirken begann. Einen Augenblick glaubte ich, die Absicht sei Gott. Ich sagte so etwas zu Don Juan Vicente und Silvio Manuel. Sie lachten. Vicente noch immer im Tonfall eines Professors erklärte, die Absicht könne unmöglich Gott sein, denn sie sei eine Kraft, die man nicht beschreiben, geschweige denn sich vorstellen könne. Sei nicht überheblich, sagte Don Juan zu mir. Bemühe dich nicht, nach deinem ersten und einzigen Erlebnis hochfliegende Spekulationen anzustellen. Warte, bis du dein Wissen beherrschst und dann erst entscheide dich. Die Erinnerung an die vier Stimmungen des Pirschens hatten mich erschöpft. Die spürbarste Wirkung war eine ganz ungewöhnliche Gleichgültigkeit. Es wäre mir egal gewesen, wenn ich oder Don Juan tot umgefallen wäre. Es war mir egal, ob wir die Nacht an jenem alten Aussichtspunkt verbrachten oder ob wir in völliger Finsternis den Rückweg antraten. Don Juan war sehr verständnisvoll. Wie einen Blinden führte er mich an der Hand zu einem wuchtigen Felsen. Er half mir, mich hinzusetzen und mich anzulehnen. Er empfahl mir, mich durch den natürlichen Schlaf wieder in einen normalen Bewusstseinszustand bringen zu lassen.